Willkommen zur 16. Folge von Dead or Alive 5 Heute wollen wir nochmal online kämpfen Und zwar machen wir heute Lobby spielen Mal sehen was das ist Suchen und Stellen Bei erstellen bekommt man glaube ich auch eine Trophäe, deshalb erstellen wir mal Mal sehen das Schon haben wir Lobby Menü Kampf starten, auswerfen Regeln ändern Gewinner bleibt Ja Ok mal sehen ob hier irgendwas kommt Wenn nicht, dann müsste ich es erfrechen und mal eine Lovie suchen Ich hoffe ja dass sie jetzt hier kommt Und dann kommt schon Ich bin bereit Toll Dann kommt jemand So langsam langweilig hier Ich würde immer interessieren ob überhaupt jemand Lobby spielt Ja Tja Ok das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange, wir suchen mal eine Lobby Ja Vielleicht finden wir ja da was Ja 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 Wir haben alles gefunden Mal gucken Verwindet Wir sind drin und wir sind auch bereit Mal sehen 7-0 Soll ich noch meinen Charakter auswählen? Ja Nehmen wir natürlich Okay wir haben jetzt Soll Ah man was soll das Ja ich bin Spieler 2 Habe ich sie jetzt nicht gesehen Soll welchen scheiß Charakter habe ich jetzt? Ne das geht doch wohl nun wirklich nicht Ja 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 Das war's jetzt Ja Ja Das kann ich die ganze Zeit machen Na komm Geht doch mit Abwehren Ha Ja 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 Was war das denn jetzt? So leicht lasse ich mich nicht schlagen Vergiss es Ich kämpfe für meinen Sieg Gut wir haben gewonnen Wenden wir den Charakter Machen wir was anderes Nein ich will hier raus 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 Ich kann es auf den Kanteine Drei Drei Ich wünsche dir die Das funktioniert bei mir nicht. Kannst du machen, was du willst. Willst du nochmal? Gerne. Tja, Pech. Jetzt beenden wir das. Wir machen vielleicht nochmal das ein oder andere Rangliste-Spiel. Ich bin jetzt hier raus. Ich habe zwei Kämpfe gewonnen. Aha, scheint doch Cheater zu sein oder so. Er hat wahrscheinlich irgendwelche Tasten angestellt. Okay, wir haben nochmal einen neuen Titel und nochmal einen neuen Titel. Naja, egal. So einfach mache ich es dem nicht. Gut, dann machen wir jetzt die Spiele. Machen wir mal noch eins. F-Plus. Natürlich, wir sind ja schon F-Plus. Das war ein Cheater. Wenn jetzt jetzt ein. das war ein cheater sowas gibt es in dem spiel der will wo die tausend online kämpfe die trophäe haben obwohl es einfach zu besiegen ist ihn zu besiegen wenn man nur immer kommt na bindest du jetzt mal ein bitte na komm ich geholt jetzt aber schon ewig na komm einen kampf möchte ich heute noch schaffen bitte sucht aber lange da kommt jetzt was such schneller okay dann erweitern wir mal hier kurz auf vielleicht findet er ja da was da kann ich hier vielleicht noch ach echt so findet er vielleicht eher was Na komm, bitte. Die Musik nervt auch langsam. Na, ich wende es jetzt mal bitte ein. Okay, scheint keiner online zu hören, der jetzt Kampfen möchte. Dann mache ich halt mal ein einfaches Spiel. Ich finde der jetzt auch keinen mehr. Hm, geht doch. Ich bin nicht. Ja, toll. Ich hatte jetzt meinen Kampfen. Den wollte ich doch nehmen. Ich nehme mich halt wieder diesen. Ey, ich war noch nicht fertig. Komm, ich mach's Zufall. Ich mach's Zufall. Na? Vorsicht wird besser als Nachsicht. Wofür habe ich die jetzt bekommen? Das ist so gut. Ganz schön. Okay, ganz schön. Okay. Ganz schön. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. Ich hab's gewonnen. nächsten Mal, wenn ich wieder ein paar Rangnisten-Spieler versuche. Also, bis dann!